So, ich hoffe, Sie sitzen bequem. Vielleicht etwas zu tief? So besser? Gut, dann herzlich willkommen zur Kieselmann Virtual Reality Experience hier vor dem Gärkeller der Doppelleu Brauwerkstatt im schönen Winterthur. Auf ihrem virtuellen Rundgang werden Sie Kieselmann Doppelsitzventile, Tanks von Riga Behälterbau und Reinigungstechnik von Aquaduna passieren. Geplant und realisiert von Kieselmann Anlagenbau. Die Steuerung des Gärkellers lässt sich mit fünf Wörtern zusammenfassen. Volle Automation für höchste Flexibilität. Viel Spaß bei der Virtual Reality Experience der Kieselmann Fluid Process Group. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020